Der Glaube an sich selbst ist ansteckend. Wir sind Teil von etwas Größerem. Wir kämpfen für die Schwachen. Mein Name ist Dr. Ali Staple und ich bin Psychiaterin. Ich habe mich auf Menschen spezialisiert, die davon überzeugt sind, Superhelden zu sein. Ich gehöre nicht hierher. David Dunn. Sie halten sich für außergewöhnlich stark. Aber es gibt Menschen, die genauso stark sind wie Sie. Kevin Randall Crump. Sie glauben, dass zwei Dutzend Seelen in Ihrem Körper leben. Nennen Sie mich Norma. Ich bin ja so aufgeregt. Elijah Price. Sie besitzen einen überragenden IQ. Sie halten sich für übermenschlich. Was, wenn ich Ihnen sage, dass Sie sich irren... Sie haben uns alle belogen. Du wurdest uns als Racheengel gesandt. Wie sehr willst du uns rächen? Diese Individuen haben jeden Bezug zur Realität verloren. Viele Menschen werden sterben. Tun Sie das nicht. Ihr könnt der Welt beweisen, dass wir existieren. Das ist die Stelle, an der man Sie mit großen Augen und einer Sprechblase voller Fragezeichen zeichnen würde. Glas. Das ist das. Das ist das. Das ist das, was wir uns hier violationen. Vielen Dank.